So Leute, in großen Schritten schließen wir hier Welt 5 ab, was ja die vorletzte Welt ist und hab bisher 100% erreicht. So muss das sein, so gefällt mir das, ich werd irgendwie immer besser. Hab ich zumindest das Gefühl. Machen wir weiter mit Welt. 5, 6 mit Level, 5, 6. Über den Wolken. Oh nein, ein Self-Scrolling-Level. Warum muss das denn scrollen? Da hab ich doch Angst vor. So, flopp. Oh, ich hab gesnackt. So, jetzt gibt's Sterne. Oh Gott. Oh Gott, wow. Achso, okay, ich seh ganz knapp, wo man drauf laufen soll. So, ah. Lakito, den gibt's ja auch noch. Hau doch mal ab, Mann. So, das wird ja so ein tolles Level, ey. Einmal was verpassen und alles nochmal von vorne machen. Okay, aber dafür dürfte sich ja nicht viel so... Oh Mann, der Lakito, den auch dazwischen geflogen. Als ich gerade die schöne Leine da abballern wollte. Oh, dam, dam, dam. Komm her. Oh Gott, nein, 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 nein. Schnell, schnell, schnell. So, okay, hier gibt's aber noch... Mann! Wieder einfach immer out of nowhere. Komm, ist nur zum Kotzen, ey. Wat? So, naja, watz, Alter, ihr Watzen im Düdo, yes. So, die euren Kinder nehme ich hier mit, Mann. Ich nehme deine Kinder mit. So, geht's hier worin? Nee. Du Lakito, du bist dumm. Hau ab. Hau ab. Also, was hasse ich, Alter. So, ich hab die eingesammelt. Cool. Wow. Okay, wir wissen ja, aber die tun mir ja nichts. Jedenfalls können die mich nicht so, dass ich runterfalle. Wat? Der schon, wat? So. Kleiner Wolkenausritt. Na, okay, das war's auch schon mit dem Wolkenausritt. Ich muss gucken, ob ich hier alles bekomme. Hupsala. Oh Gott. So. Oh, Blume. Ich hab sie, hab ich sie eingesammelt? Oder hat er die weggekickt? Na, gut, ich hab sie. Düdüm, düdüm, düdüm. So. Ja, äh, können... Ah, okay, natürlich von da, wo ich noch nicht sehen kann. Mann, ey. Wo bin ich? Wow. Yes. So, okay, alles klar. Noch ist alles gut. Noch fühle ich mich wohl. Noch habe ich das Gefühl, ich hätte alles mit eingesammelt. Ja, bei selbst scrollenden Leveln ist man so ein bisschen... ein bisschen angeschmiert, möchte ich ja sagen. So, komm mal her. Ja, fahrt's. So. Mann, Mist, ich wollte den gerade ufflecken. Ich glaube, gar nicht geklappt. Ich glaube, weil die Pflanzung noch im Weg war. Oh Gott, jetzt zieht sie richtig ab, Alter. Jetzt zieht sie richtig ab. Komm her jetzt hier, Gürmsten. Mann. Wie viele denn noch? Hier kommen nur Lakitos an. Das ist voll gemein. So, wenn, wie du sagst, ich hab noch... Ich hab noch so ein... so ein Zwackending. Ja, ein Zwackending. Klingt komisch, aber... Oh Gott. Flup, flup. Haha. Die Kinder geklaut. Naja, fast. Okay, ich kann aber sonst nirgendwo lang. Das Scrollen gibt den Weg schon vor. Okay, gut. Also dürfte ich jetzt eigentlich bisher noch nichts verpasst haben. Oder? Wie sieht's aus? So, hier. Eier draus machen. Brauch ich bestimmt. So, hier kommt auch noch so ein Typ. Wird zum Ei gemacht. Immer fröhlich mitsehen, ne, Leute? Immer fröhlich mitsehen. Kennt ihr ja von mir. So. Was war das jetzt für eine Scheiße? Kommt ihr jetzt hier nur Schmerz oder was? Glaubst du? Ich fress hier einfach alle auf. Wissen, kommen keine Lakitos mehr. Oh Gott. Dadurch muss ich jetzt hoch. Ach so, oh, gut. Einen Abschnitt geschafft. Und bei dem ganzen Kram, den wir eingesammelt haben, gehe ich davon aus, ich hab auch alles. So, guck mal, sind schon fast alle Blumen. Und nur noch die Hälfte der Münzen fehlt. Würde ja passen. So, hier hat das Ding hier biegt mir auch noch auf. Schön zum Schluss, ne? Haps. Falls ich es überbrauchen werde. Denn jetzt scheint es ja nicht mehr zu scrollen. Das ist schön. Da freut er sich, der Marcel... Oh Gott. Warte, jetzt schon wieder. Ach, Luftballon-Action hier. Okay, da ist ein Typ mit dem Leben. Einfach mal mitgenommen. So, jetzt hier irgendwo rein. Wow, tatsächlich. Du, du. Letzte Blume. Dum, 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 dum. Äh. Höh. Oh. 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 Oh, wie gemein. Voll durch Zufall. Weil ich einfach bloß ein bisschen dumm rumgesprungen bin. Jetzt will ich doch keine Münzen nehmen, oder? Ich hoffe nicht. Ich kann einfach mal ein bisschen rumballern. Dü, du, 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 du. Dü, dum, 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 dum. Dü, dum, 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 dum. Soll ich das Geld jetzt ja alles mitnehmen? Ich weiß nicht Oh, okay, ja gut, alles klar Gut, die eine Münze du mich hier lassen wirst du Okay, das war ein letzter Bonusraum hier Hier geht's hier noch woanders rein Hier kommen nur Typis raus So, okay, leider keine weiteren Münzen Ah, ja, stimmt, ja Hops Alter, die Münzen kommen jetzt aber auch super, ey Das könnte man das Level auch auf einmal schaffen hier Also erstmal hier unten lang, ne, genau Dann, achso, ich muss ja die Box Ich muss ja die Box anschlagen Oh Gott, was heißt ich? Der Typ wird die Box immer anschlagen Oh, ganz in der Hof passen, ey Oh Gott, letzte Blume oder Sternis Sternis Sterne für meinen Kreis Lalalala Okay, danke, Mann So Oh Gott, okay, okay, okay Das läuft doch super, ich zeige auch den Drang Einfach mal nach links zu springen Aber an sich war so eine Er war jetzt nicht immer so, dass er dir Dass er wirklich was gebracht hat Oh Gott, Stacheln Sofort tot Instant Kill Wenn ich da jetzt raufjumpe Ich kann auch den sicheren Weg nehmen Ne, kann ich nicht Ich kann mir nur hier Unendlich Alter Ich stehe mir vor, der hat mich jetzt voll runtergekickt Mann, komm her, du wolltest Kind Und schrei hier nicht so rum Ich finde das immer so krass, dass ja sau viele Die so das Original und so gespielt haben Dass denen die Plärre von Baby Mario auf den Sack jägen Hä, aber da kommen Das ist ja so schlimm, ist ja dann auch wieder nicht Das hätte doch maximal Wenn nicht die Situation Extrem beschissen ist Hätte doch maximal bloß Zwei Sekunden an oder so Ah, verdammt, der schießt von unten Der Sack Okay, was haben wir hier? Geht's hier rein? Kurz gucken Ne Gut, okay, ähm Was willst du denn? What? Äh, Fats, hab ich gesagt Äh, ich wollte schon sagen Kann ich gar nicht töten Hm So, wo bin ich denn jetzt hier noch? Überall Hier sind dicke Wolken Okay, sonst aber Allen Anschein nach nichts weiter Okay, hier noch kurz gucken Ob ich rein kann Ne So, geht's da oben rein? Lopsada Noch mehr Sternenpunkte Yeah So, der Bräuke vielleicht So, der Bräuke muss ein Zehne einsetzen Hups Ah, okay Oh Gott Ich hab alle Münzen Und da ist die letzte Blume Ja, Mann, ich bin so geil Lalalala Ja, ja, ja So Schön Schönes Ding Yes Und da ist das Ziel Noch eine kleine Sternendusche Zack, reichen wieder Zehn aus Ich bin überrascht, dass ich jetzt so gut klarkomme Was war denn damals los? Als ich ein kleiner Stüppi war Bitte einfach bloß durchgewaschen Ja Und Mir war das nicht zu schwer Das Spiel Ich hatte mir einfach keinen Bock Auf die 100% Ich wollte das einfach so durchzocken Ne, ne Ich weiß noch, dass ich Probleme hatte Ich glaub in Welt 6 so ja Oder bei so einem Selfscrolling-Level Ich war einfach jung Auf jeden Fall 100% wieder Auch für diese Welt Und für dieses Level Lalalala So, jetzt ist der Bus noch Oh, mhm Mh, mh Pass Dum, dum, dum Dau, no Schaffen wir wieder mehr als E-Level im Part So, oh Gott Ist das Erdbeam? Oder sieht das aus, als ob Jashi da ausrutscht? Das wird eisbasierend sein Mh, mh Liftballet Oh, nein Liftballet? Was soll das denn heißen? Oh, ich soll da lang? Okay, aber Ne, 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 ne Da guck ich erstmal nach rechts lang Doch da war nichts Oh, Mann So, da tue ich erstmal hier auf den Okay, ich soll sogar noch weiter nach da Also erstmal Äh Äh Okay Dann erstmal hier alles ganz bequem Einsammeln, wenn es noch so einfach ist So, da oben war gerade was Niu Hops Äh, hops Okay, einfach nur Sterne Anson Die, hab ich doch gerne So, jetzt wird es gefährlich Denn jetzt ist kein Boden mehr da Der uns hält Düm, di, dum, di, dum Jetzt ist nichts mehr da, was uns hält Düm, di, dum, di, dum Wow Okay Oh Gott Und die Dinger fallen auch noch runter Ach du Scheiße Ja, warte, wenn die jetzt immer wieder irgendwie so was Versteckte preisgeben Das weiß man Nee Okay, da kommen auch noch Möwen angeflogen Na, super Okay, die werde ich Mir einfach Einverleiben Oh Gott, Abraxas Wow Alter, warum fliegt denn hier so hoch Tschung Ist das ein Trampolin oder was Der Typ ist Abraxas, glaube ich, ne Und gab es den nicht auch als Boss Ist das nicht so, ja, der Level 5 Boss Der Typ natürlich in groß, meine ich jetzt Wow Okay, hier ist wieder ein bisschen leichter Und da fliegen kleine Oh, das ist ja gar nichts Warum ist der nischt? Ne, das ist wirklich nichts La, 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 la Niu Hops Niu Äh Spring, Yoshi So, okay Ich hab so ne Angst Was mag sich hier oben verbergen? Wird es noch leichter Oder wird es mich Äh Erschweren Wow, wow, wow Wow, wow, wow Äh, was wenn da ne Münze wär? Ah Ups Toll, war keine rote Nein Möwe, komm schnell her Yes Wow So, okay Ich muss aber, glaube ich, nochmal eins runter Damit ich wieder neu spawne So Wieder da Oh Gott Manchmal Er springt aber nicht immer gut Gleich gut auf den eulen fiesen Dingern So Wollt ihr muss hier in der Mitte stehen bleiben? Bail da Bail da Bail da Bail da Bail da Bail da So Oh Was haben wir denn da oben? Wäre ich da hochgekommen? Bestimmt, oder? Hm Okay, warte, da Dann kommen wir mit hier, olle Möwe Komm doch mal mit hier Und lass mich da ins Geheimnis Lass mich doch da einfach mal Winden Glucken Oh yeah Glüglüglü Den Bam Den Bam Bidun Bam 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 Was geht denn jetzt hier ab, Mann, ey Oha Oha Scheint aber Tatsächlich doch eine Blume noch Wie gemein, ey Ja Geil, Mann, so geil So geil Okay War höchstwahrscheinlich nur für die Blume Rote Münzen werde ich da jetzt nicht vermutet Das wäre echt Das wäre doch so gemein Ach, wir haben doch null Wir haben erst eine Blume Oh nein So, komm, hier werden erst die Ersten sein, oder nicht? Die olle Kindermusik hier Wenn so ein Ding hier rotierst Oh Mann, oh Mann Leck Also Alles klar Und fall runter Wow Oh, Abraxas schon wieder Noch ein Abraxas Ein mini Abraxas Wow Hat er voll runtergerutscht Fast Hey, das war cool. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Wupsala. Soll ich auch ein paar Münzen hier mitnehmen. Okay, anscheinend sind das sogar automatisch. Muss ich da irgendwann nochmal hin. Oh, das war knapp, ey. Warum sind die ja keine roten Münzen? Kann ich das mal erklären? So, den muss jetzt da oben hin. Ich will da oben hin. Jo, boing. Jetzt. Hä? Mal springt er richtig krass und mal irgendwie nicht. Boing. So. Ja, natürlich. Scroll einfach nicht hoch, wenn ich da hin will. Aber wobei soll der auch schon sein? Hups. Da, seht ihr? Da sind ganz viele rote Münzen. Bestimmt. Dafür muss ich die Fichter da gar nicht berühren. Kann das sein? So, flieg einfach mal hoch. Fliege nach oben. Und pass auf diesen komischen Typen, auf der da so rumrennt. Lalalalalalalalalala. So, eigentlich lege ich ja bloß auf diese Kugel darauf, dann komme ich ja da schon hin. Oder hier rauf. Genau. Okay, Achtung. Jetzt schaffe ich es gleich und ich kriege nochmal eine Möwenlift. So, du, 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 du. Hupsala. So. Ja. Okay. Oh. Geil. Seht ihr? So muss das sein. Gut. Eine zweite Blume und die ersten lächerlichen zwei Münzen. Wer weiß, was hier abgeht. So eine kleine Abkürzung. Wuh. Einer voll weit gesprungen. So. Und ich falle. Und ich falle. In mein, in mein Tod. Wie bin ich denn hier drauf gelandet? Hups. Jetzt habe ich hier keinen. Ich habe hier keinen Lift. Und hier. Ah. Oh. Das gibt es einfach nicht. Ich muss ja auch so weit jumpen. Ne. Oh. Jetzt muss ich die ganze Scheiße nochmal machen wie der Blume hier. Muss ich da oben nochmal rein. Es tut mir leid. Aber ich werde dann nochmal rein müssen. Und ich falle hier wieder mein Babymann. So. Kann das Ding nicht einfach mich hier mitnehmen? Natürlich nicht. So. Schreng dich doch mal an. Hups. Cleo, Cleo, Cleo. Bambam, Bambam. So. Bambam, 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 Bambam. So. Hoi, 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 hoi. Bambam. Zack. Das war das Wichtigste. So. Äh. Hups. So. Ja. Bambam, 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 Bambam. So. Eine Blume haben wir wieder. Und wo ist die zweite Blume mit den zwei Münzen? Toll. Ich kriege hier gerade mal zwei Münzen. Die sind so lumpig. Ey, das gibt's doch gar nicht mehr. Aber hey, das Spiel wird sich schon was dabei denken. Oder nicht, Mann? Hm, 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 hm. So. Reicht schon aus. Wow. Jungen, hups. Reicht doch aus. Und geht so ganz schnell. Wow. So. Zack, zack, zack. Cool. So. Und sonst. Die Münzen, die ja hier waren, sind ja überhaupt nicht wichtig. Wow. Alter, Mann. Ey. Der rutscht aber auch immer rum. So. Da war ja hier. Hier war ja überhaupt nix. Leider. So. Jetzt wird's doch mit Kindern nochmal spannend. Äh. Wow. Ähm, so. Einfach mal Doppellift hier. Wow, wow. Jetzt hab ich hier schöne Doppelplattform. Das ist cool. So, okay. Hoffentlich so ein bisschen abgesichert. Wey. Guck doch mal, wie Yoshi sich hier so drüber freut. Äh, wow. Okay. Okay, okay. Haps. Aufsnacken. Falsch Richtung. Oh, Yoshi, das geht doch so. Fämsen. Oh, ne Dürmsen, ne Dürmsen. So. Was als nächstes? Erst mal die Möwen abhauen lassen. Wow. Alter, wow. Okay, äh. Das war irgendwie cool, aber... Irgendwie hab ich auch Angst, dass ich jetzt wieder was verpasst hab. Aber, nee. Wenn ihr das so schnell von mir abverlangen, hier, da hab ich nichts verpasst. Düdl-lidl-dü-dü-dü-dü-dü. Oh Gott, was denn jetzt? So, ich hab... Ich brauch noch so viel. Und es ist dumm, wenn das jetzt alles hier kommt. Sag ich jetzt mal, ne? So, von wem mit... Ab! Okay, ähm, du, Typiman, haust ab. Okay, ich muss da sogar rein. Ich muss da sogar rein. Okay. So, halt. Hier irgendwas versteckt. Was hat denn hier? Geht's hier nach... Ey, ich weiß doch nicht, warum... Kann ich das kaputt machen? Oh! Alter, wie gemein! Okay. Okay. Zumindest kann ich... Ich hatte noch ein Ei. Ich hab ja... Ach, ich hab ja meine... Ich hab doch meine Dings. Meine Munition hab ich noch. Das ist hier noch über das andere versteckt. Dann haben wir jetzt drei Blumen. Und fünf Münzen. Das ist doch nicht gut. Aber gut getarnt hier, ey. Gut getarnt. Ich hab mich schon gewundert. Ja, ja. Okay, ja. Das hab ich ja. Komplett übertrieben. Aber hey. So. Ich weiß gar nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ehrlich gesagt. Verdammt. Ich glaub, ich müsste bald meinen Part beenden. Lala. Vielleicht schau ich grad das Level noch. So. Okay. Gesaved. Das ist gut. Okay. Es könnte natürlich sein... Hier jetzt noch elf Münzen und zwei Blumen. Könnte alles sein. Geht alles, ja. So, da oben ist es natürlich... Warte, 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 gerade. War da oben nicht gerade so ein Eingang? Aber ich bin ja schon komplett dumm. Okay. So, kurz mal gucken hier. Alter, wie das hier ruckelt. So. Ah! Oh, krass. Du, du, du. Oh no. Oh no. Ah, okay, gut. Hier ist ja safe. So, eine Blume noch. Und neun Münzen. Das gibt's doch gar nicht. Und es gibt kein Zurück mehr. Ach, wieder so ein Scheiß. Ach, natürlich. Natürlich, ey. Hops. Da ist die letzte Blume. Oh Gott, ich bin ein Trottel. Oh Gott, oh Gott. Komm schon. Herbst! Ja. Okay. Fünf Münzen noch. Verdammt. Nein. Nur noch zwei Münzen. Ah, da können die echt hier sein. Ich hoffe es so sehr. Oh Gott, was ist jetzt los? Ach so. Da denkt einer, er ist witzig. Wow. Hopsala. Da sind die zwei Münzen. Da sind sie noch. Ja, tatsächlich. Hä? Ah, ja. Ich hab's geschafft. Oh mein Gott. Und ich hab sogar alles voll. Und tschüss. Und das war doch... So, Leute. Ich weiß, wie ich aufgenommen habe. Würde ich sagen, beenden wir den Part. Wir haben zwei Level in einem Part geschafft. Mal wieder seit langem. Ja, ist also seit einer Weile wieder... Hat es mal super funktioniert. Voll auf Ani, ey. Richtig geil. Ich bin beeindruckt. So. Und jetzt müsste ja schon ein Bonus aufgehen, ne? Ja, Bonus 5 ist offen. Alter, was sind wir nicht cool? So. Erstmal wieder Einarmiger Bandit. Drücke A, um die einzelnen Walzen zu stoppen. Viel Glück! Okay, das wird ja auch das Spiel sein, oder? So. Toll. Einarmiger Bandit. Oh, 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 oh. Würden sie das Spiel heute rausbringen? Wäre das aber rausgeschnitten worden. Hm. Wir wissen ja Bescheid. Ist ja suchtgefährdend. Natürlich. Macht ja so viel Sinn. Alter, das ist wirklich der King von Abraxas hier, Alter. Der Obertyp. Bonus 5 ist offen. So, ganz kurz mal gucken. Ob es wirklich ein Ambigan Bandit einfach ist. Wir hatten ja jetzt hier kein Glück in der Welt. Roulette. Wähle bitte im Stolkreuz aus. Wie viele Yoshis du setzt. Drücke A, um das Spiel zu starten. Und nochmals, um es zu stoppen. Die Kombination aus beiden Fenstern ergibt die Anzahl an Yoshis, die du gewinnst. Hast du nur einen, Yoshi, kannst du nicht auch an dem Spiel teilnehmen. Hä? Roulette? Was zur Hölle? Äh... Keine Ahnung, Mann. Achso, also... 1 plus 1. Ne, plus 0. Ist ein Leben. Okay, das kann, glaube ich, unter Umständen kann das auch ganz schnell für Leben sorgen. Aber ich finde, das ist ein Spiel, wo man sich Memory merkt, wird besser. Leute, das war's. Aber beim nächsten Bad kommt schon der finale Kampf von Welt 5, Mann. Und dann geht's auch um die letzte Welt. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.